Es gibt zwei wichtige Leute in meinem Leben. Meine Frau und mein Sohn. Und beide würde ich herschicken. Man hat immer Angst, das erste Mal zu bemerken. Wenn man hier ist, kein Problem, kommt man zehnmal wieder. Es ist alles schöner, größer, steriler. Und jeder weiß genau, was er tut. Und alle sind so freundlich. Alles okay, alle haben gut Deutsch gesprochen, alle haben mich verstanden. Die Leute haben alle zu mir gesagt, bist du verrückt, nach Bulgarien gehen, Zähne machen. Bist du aber mutig. Da gehört kein Mut dazu, das ist super hier. Dendra Prime ist für mich, obwohl ich schon Oberkieferbruch hatte und alles Mögliche, das Beste, was je mit Kiefer und Zähnen mir passiert ist. Und ich bin 75 Jahre alt. Ich begrüße mirrió, was ich schon Tara brügt, und ja malzahm. Und ich habe gesagt, was mir auch über partes. Wobei ich persönlich erlebe, was mir blade und mir Washington. Vielen Dank.